Hallo und gut, das ist unsere erste Stammlung, in der wir uns vertreten haben. Wir sind jetzt gehört, unsere Fortschritte. Viel Spaß beim Zusehen! Was soll euer persönlicher, schräger Roboter eigentlich können? Unser persönlicher, schräger Roboter soll eine Flasche transportieren. Wie kannst du mit dem Roboter kommunizieren? Wir können mit einem Bewegungssensor mit unserem Roboter kommunizieren. Woraus besteht euer Roboter? Unser Roboter wurde aus Vidu gebaut und so sieht er aus. Wie soll der Roboter sich verhalten? Das seht ihr im Anschluss. Niki, kannst du mir bitte die Flasche bringen? Ja, gleich. Dankeschön. Flasche abgegeben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht.